Damit du den richtigen Aufsteller in deinem Geschäft findest, gibt es vorher schon einiges zu tun. Und das schauen wir uns jetzt an. Die Hauptsaison in unserem Lager ist von August bis Mitte März. Und die Aufsteller werden regional unterschiedlich angepasst. Jede Region, von Burgenland bis Norddeutschland, hat andere Bedürfnisse. Und die Gartentradition ist nicht überall gleich. Das wird bei der Bestückung schon von uns berücksichtigt und individuell angepasst. Die aktuellen Aufsteller mit unseren Bio-Samen sind gleich nach Weihnachten lieferbar und kommen in deinen Markt. Übrigens, wir von Samenmaier verpacken unsere Bio-Samen mit kompostierbarem Graspapier und sind transparent bis zum Landwirt. Wenn du mehr über Samenmaier und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanze Vielfalt, bis zum nächsten Mal.